Oha, Geschenke, Geschenke Geschenke, Geschenke Ahaä prereizule Linz Ääähh Er hat ja ganz viel Mangrove H 엄마 He hat ihm ein mangroven Holz gehien Wirklich? Ja es wär auch ein mangroven Holz... daheim Aber sicher kein in einer 50 Gut, dannотивieren wir uns jetzt einmal auf wird eh schon Nacht Nicht streiten! Ich hab einen Hohenpunkt gesetzt, wir können immer weiter... Wie gleich? Aber der glaube ich will eh was Gutes. Ich hab das so ein Premium-Spieler, warte mal kurz. Wie... Wie jetzt... Nein... Premium... Was ist denn? 3 hoch 3? Der bringt die ganze Milch hier oben her! Ja, oder? Oh nein... Und das bleibt ein brautendes Fleisch, das nimmt man sich alles mit. Oh, da sind... Pass auf, da sind Phantoms! Ich hab's echt gemerkt! Ah! Oh! Hört sich noch durch? Mhm. Ja, ja. Okay. Warte mal kurz... Sind die im Hohenpunkt... Hältst ja nicht auch gut? Sind die glaube ich auch gut, oder? Komm, ich flieb da einfach jetzt. Nein, ich komm mir jetzt da nicht aus. Macht's viel oder wen, Schaden? Ich bin nicht dort gewesen, Florian. Okay. Warte mal kurz... Oh nein, Paddy, du stirbst. Ah, schon wurscht. Wo bist du? Bei der Dings! Warte mal kurz... Warte mal kurz... Ich tippe auch... Ich hab zwei. Du musst jetzt zum Elektriker durch. Ja, und damit, äh, fang jetzt die Folgen an. Hallo! Hallo! Ohne mich? Ich hab mir nix gesagt da. Es wird alles Wasser geschnitten. Jetzt liegt ja auch noch. Es funktioniert das bei mir immer. Na, das hast du davon. Hey, Oberschatzkarte. Also, jetzt fangen wir mal rein. Oh nein! Oh nein! Oh nein! So ein Effekt, oder? Oh nein! Was ist das? Abbaulähmung 3! Ist das nicht toll? Was macht man denn da? David, ist du grad? Oh, das ist... Seht nix, ist eh nix. Egal. Oh nein! Oh nein! Ah ja! Das sind schon... Das sind schon... Das sind schon... Hey, Olli! Ich schlaf das dann nicht da oben. Ja, was soll ich machen? Ich hab Abbaulähmung. Oh ja, ja, ja... Ja... Oh ja, ja... Und das ist die Karte. Nicht so schade. Ja, wir hätten Milch mit Linger sollen oder Honig. Ich kann ja nicht einmal die Silatieren da oben bauen, Alter. Hm? Nein, ich hab Abbaulähmung 3! Ja! Ach so... Ja, ja... Ich hab den Goldblatt gefunden, aber ich komm nicht rein. Sag, David! Da hat sich einer bei ihm ein Visier. Oh! Der muss schon! Jungen! Oh nein! Wie kriegt man das weg? Oh nein! Wie kriegt man das weg? Oh nein! Wie kriegt man das weg? Ja... 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 Wie ist die? Nein, ich bin jetzt zu viel. Verlost uns jetzt leicht oder was? Ja... Oh ja, ja... Ja... Äh! Nein... Oder was? Ich hab... Ähm... Ich hab Abbaulähmung. Ja, ja! Ja! Ja, ja, aber du kannst da nichts tun! Doch! Ja, und was? Abbaulähm! Hm... Ja, genau das geht ihm nicht. Du kannst ihn nicht abbaulähm. Ja, das geht ihm nicht abbaulähm. Ich kann auch mal hin essen! Ja, das geht ihm nicht abbaulähm. Oder was? Ich kann nicht abbaulähm! Oder was? Dann kommen doch... Strasse zu ömne, aber ich hab halt nur abbaulähm in zwei Minuten, ich hab kein Müllsch dabei! Und so ein bisschen mal zu spüren und da... Der hat mir gedacht vorher... Nein nicht! Das gibt nicht mehr mal. Nja, es gibt immer mehr an... Gute! Ja, das hat mir an! Ich hab noch Kiwi unten drin. Ja, ich bin da gerade wo. Weil jetzt hab ich den Effekt schon wieder. So kannst du ja nicht gleich wühlen. Ja, süß. Ich hab den Gold gelegt jetzt. Wirklich? Ja. Oha. Das sind leider nur 8. Oha, ich soll aber eigentlich essen. Und schon mal ein Bicken anfangen zu bauen. Oh nein, ich hab einen doppelten Effekt, Alter. Hilfe. Der bringt mich gleich um, gell? Okay, passt. Ich hab jetzt mal Müll geschlürft. Jetzt geht das wieder. Ich hol jetzt die Spende. Ja, hol die Schwimmen. Alter, wie viel Leben haben denn die? Geh, Alter. Ich hab zwei Herzen da. Jetzt sind wir eh gleich noch hin da. Anatoi Perzen. Jawohl. Geil. Jawohl. Geil. 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 Es lädt. Ich will aber nicht, dass es lädt. Es lädt. Nein, 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 nein. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Denn wenn ich es lädt, kann ich nicht spielen! Okay. Du siehst, Emanuel. Ja. Du hast ja dazu mal gesagt, wie du das Häuser da bei mir gebaut hast, darfst du die Bambus- und in die Richtung deinem Platz gehen. Weil die haben ja nicht jetzt gefunden. Na, da wollte sie das da an und mit dem Haus. Super. Weil ich hab jetzt nämlich, ich hab jetzt nämlich unten diesen riesengroßen langen Gang gefunden. Die Herne gar nicht mehr auf zum Spawnen oder siehst, wieviel das sind? Das sind sicher 20 Stikel. Ah, genau. Das ist gut. Ah, genau. Das ist gut. Ah, genau. Meine Kotzen. Egal. Ah, Herste. Die bleibt raus. Na, LeMu ist da. Äh, ha, ha. LeMu. LeMu. Ja. Ja. LeMu. LeMu. Oh, oh. Ich hab den Hauptding, den Elder Guardian. Oh, bin dahin, bin dahin, bin dahin, bin dahin. Was, du bist dreht? Bin dahin, ja. Es lädt. Was? Ich will nicht, dass es lädt. Ja, wenn es lädt. Na, es wird wieder raus. Dann, LeMu. LeMu, ist wieder raus. Es soll zum Nächsten gefallen. Mmh, lecker. Ja, du bist färre. Mmh. 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 Ey, gibt's irgend überhaupt eine, äh, Vertauberung für die Elytra, dass sie länger fliegt? Nein. Mmh. 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 Dann seh die Elytra früh bleibt vertaubern noch. Manuel, lebst du noch? Ja. Okay. Weißt du, was wir machen müssen? Wir brauchen einen Dreizeig und mit dem brauchen wir dann so ein Blitzding. Elektriker, ich bin auch noch drin, gell? Okay. Gut. Ich bin grad bei dem älter Gabi und der macht so viel Schaden, alter. Seht mir höfter LeMu. Mmh. Wir sind gut von Hörn. Bin gleich hin, bin gleich hin, bin gleich hin, bin gleich hin. Oh. 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 Totem, Totem. Was? Totem hat sie auch gelöst. Okay. Oh ja, die machen so viel Schaden. Ja, ja. Ich mein gut, Goldblick sind schon gut, aber Schwämme, Ding, ja gut. Ich hab bei einem YouTuber mal gesehen, der hat einfach im Survival, im Hardcore gespielt, wisst ihr was der da gemacht hat? Ausgetrocknet. Genau. Komplett ausgetrocknet. Das hab ich auch schon mal gemacht. Was? Nein, nein, nein. Oh, vor innen, gell? Ja, hab ich. Und außen. Nein, der hat das vor außen gemacht. Ja, ich hab alles ausgetrocknet. Außen, so ein Gras rund um und innen. Aha. Ja, das hat der auch gemacht. Ja, das hat der auch gemacht. Zweitest Totem, zweites Totem, zweites Totem, drittes Totem, drittes Totem, schnell, 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 drittes Totem. Alter, wie viele Totems hast du, bitte? Ich hab gar keins mehr. Nein, ich hab keinen Bock mehr gehauen. Jetzt haben wir zu viele Totems verloren. Ja. Ja, okay. Ach, das ist... Für so 8 Goldblicks und so, so ein bisschen Schwämme lohnt sich das auch nicht. Nein, das lohnt sich wirklich nicht. Weil du die Totems... Oh nein, ich sterbe! Wir wissen überhaupt, das wäre ein Goldblock wert. Nix. Ja, nein, gut. Ja, nein, gut. Ich hab das... Ich hab das... Ich hab das... Ich hab das... Das... Vom Elektrik... Ja, baut der Dings aus Baut. Das was? Na, das Dings, kennst du ja aus. Ja, ja, kennst du ja aus, gell? Ja, ja, kennst du ja aus, gell? Ja, das ist... Na, das ist ein Baum, habe ich besser gemacht, so wie es der Flo vorgeschlagen hat. Mit der Zombie... Wirklich? Funktioniert es jetzt auch besser? Ja. Das weißt du... Jetzt brauchen wir nicht mehr 5 Villager, weil wir sind vielleicht 2 draufgegangen. Aber nur vielleicht, gell? Ja, der vielleicht. Ja. Was? Nein, 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 ich bin auch nicht aufgefallen. Aber ich? Ah, okay, passt. Wenn du abgefressen bist... Dann futzt. Ah, der Immanuel ist auch da. Hallo, Immanuel. Immanuel! Sag mich nicht, das kannst ich zeigen auf, wo's er Mocker legt! Das gehört mir! Lustig. Immanuel, ich hoffe, der hat Bitzkuh sogar mitgebracht erst. Mobbel. Immanuel, ich benötige das. Ja, die Beacons, die schauen so aus. Perfekt. Warum liegt der Strom auf dem Boden? Flo, das ist dein Einzug. Oh nein, ich weiß, was du in der anderen hat gemacht. Oh nein. Oh nein. Nix. Oder wieso? Wieso oxidieren die blöden Cube-Verblick nicht? Das muss der Läsch gegen dafür beim Beacons, der ist der Mocker einurd. den verstehst du einfach nicht weißt irgendwas passt ihm nicht und der baut einfach immer in den Ofen, ob wurscht was ist, ja baut in den Ofen an. Was? Ja, du hast da einfach die Kisten, bei mir hast du einfach die Kisten abgebaut, bei der Huhn Farm, oder? Ja? Ja, warum? Ja, weil da da lauter Eier drinnen war und ich wollte dir nicht extra raus tun. Ja, und was bringt dir das? Was? Ja? Ich hab nicht vor, ich muss es ja eins zu eins wieder rausnehmen, der eine. Nur halt jetzt aus dem Trichter. So baue ich ja mal die Federn rausnehmen, dann baue ich die Kisten ab und dann passt schon. Wo bist du? Die? Die steht grad bei den Kupferblöcken und will was reinschreiben, aber ich hab sie schlecht verstanden. Laatsch, P? Ich kommts verabschieden jetzt. Laatsch, P? Wo sagt sie? Bei'm Flug. Ja, und wo? was jetzt ist rede noch also an dieser stelle beende ich das video